Ja, hier Jens Lehmann. Boah, hier ist der Jogi. Ich habe ein kleines Problem. Viele meiner Spieler haben sich vor letztem Halbfinale. Ich brauche eure Hilfe, Jungs. Wir starten in Paris. Sind dabei, Trainer. Hier nochmal die Live-Bilder der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg ins Finale. Und hier die deutsche Startbaustellung. Niemand muss ihn erteilen. Dann ist Deutschland Europameister im Jesterlautern. Er hat ihn. Untertitelung des ZDF, 2020